Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Heute? You too. And you're the best thing about me. Heißt, das Beste an mir bist du. Und wurde Klasse übersetzt von der Klasse 10a der Sekundarschule Karl Marx in Gadelegen in der Altmark. Die Geschichte erzählen euch Svenja und Krit. Wenn du so gut aussiehst, sieht man dir den Schmerz in deinem Gesicht nicht an. Wenn du so gut aussiehst, Baby, und du es nicht mal weißt. Wenn die Welt uns gehört, aber die Welt nicht dein Ding ist, voller Sternschnuppen, die heller werden, wenn sie verschwinden. Du hast genug gesehen, um zu wissen, dass die Kinder, die sind die Lehren. Du bist frei genug, um selbst zu entscheiden, ob du in einem Bett oder am Strand umwachen möchtest. You too frontman Bono redet hier von seiner Ehefrau Ali. Er hatte geträumt, dass er sie verloren hat. Und danach diesen Songtext geschrieben. Ich schreie es heraus. Wie schlecht kann eine gute Zeit schon sein? Ich reiße den Mund so weit auf. Das ist wieder so eine gute Eigenschaft von mir. Ich habe alles, aber ich fühle mich so, als hätte ich nichts. Für jemanden, der sowieso scheitern will, gibt es kein Risiko. Das muss echt ein heftiger Traum gewesen sein. Er liebt seine Frau sehr. Das sieht auch sein Kumpel und Bandkollege The Edge. Ich sehe alles so klar. Ich kann sehen, dass du sie liebst. Ich kann sehen, dass du sie sehr liebst, wenn sie dich braucht. Und genau deswegen ist das Beste an Bono seine Ehefrau. Das Beste an mir, das bist du. Die besten Dinge sind am leichtesten zu zerstören. Das Beste an mir bist du. Warum laufe ich weg? Warum laufe ich weg? Diesen großartigen Song, klasse übersetzt von der Klasse 10a der Sekundarschule Karl Marx in Gardelegen, könnt ihr euch ab sofort in der SAW Mediathek anhören. Entweder im Netz oder in der Radio SAW App für eurem Smartphone. Wenn ihr jetzt Bock auf eine Englischstunde mit mir habt, dann schnell ins Netz. Meldet euch an auf radio-saw.de. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englishman Warren Green. Nur hier auf radio-saw. Radio SAW Olaf